So, dann begrüße ich Sie sehr herzlich heute Nachmittag zu unserem letzten Panel, wo wir über Besoldung des öffentlichen Dienstes diskutieren. Und wie wir gerade hier schon vorbesprochen haben, ist das ein Thema, das uns sowieso alle angeht, weil der Rechtsstaat als solcher betroffen ist. Aber vor allem haben wir uns überlegt, dass es ein Thema ist, das Sie, also wahrscheinlich außer mir, die allermeisten von Ihnen angeht, weil Sie wahrscheinlich alle mehr oder weniger mittelbar oder unmittelbar staatlich alimentiert sind. Ist das so? Ja, okay. Also ich nicht. Insofern bin ich ja auch in der Rolle der Moderatorin richtig. Ich fange trotzdem mal mit mir an, weil ich als kleine Anekdote berichten kann, als ich kurz nach meinem zweiten Staatsexamen überlegte, ob ich mich auch für den Richterdienst bewerben sollte, sagte ein Partner in einer Großkanzlei in Berlin, bei der ich damals arbeitete, Sie wollen sich doch nicht im Ernst für die gesicherte Armut entscheiden. Ich habe mich dann für die ungesicherte Armut entschieden. Aber es geht jetzt heute nicht um Qualitätssicherung im Journalismus, sondern es geht um die wirklich grundsätzliche Frage, was ist uns der Rechtsstaat wert? Und das schauen wir uns anhand von zwei Entscheidungen aus dem vergangenen Jahr an. Einerseits zur Richterbesoldung, wo es aber auch um Staatsanwälte geht, also um die Erbesoldung und andererseits um die Beamtenbesoldung. Wenn man so das Bild in der Öffentlichkeit sich anschaut von Beamten, dann ist es immer noch so, dass der weit überwiegende Teil der Meinung ist, Beamten leben doch mehr oder weniger wie die Maden im Speck und haben es doch noch relativ gut im Vergleich zu den vielen, vielen anderen, die diese Beamtenprivilegien nicht haben. Wenn man sich aber natürlich anschaut, wie die Praxis aussieht, dann sehen wir, es ist anders. Das Bundesverfassungsgericht spricht nicht umsonst von Salami-Taktik, einem schönen Wort, das sich das ganz gut veranschaulicht, wie sozusagen nicht nur das Grundgehalt nicht erhöht wird, sondern wie auch an verschiedenen Ecken und Enden Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Beihilfe und so weiter zurückgefahren wird über eine doch relativ lange Zeit. Dabei ist wahrscheinlich die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats von einer Bedeutung, die jeder unterschreiben würde. Das Problem ist nur, dass es ja jedenfalls relativ gut funktioniert und dass man, das wird vielleicht Frau Franke bestätigen können, dass es so eine Art Selbstverständlichkeit ist, sodass zum Beispiel in Wahlkämpfen der ganze Bereich Justiz nie eine sonderlich große Rolle spielt, weil die Politiker wissen, sie können mit dem Bau einer Schule eben sehr viel mehr Menschen auf ihre Seite ziehen als mit der Erhöhung von Richtergehältern. Wir haben heute zwei des Mitdiskutanten, die beide aus der Justiz kommen. Der eine ist noch in der Justiz, das ist Herr Carsten Günther. Ja, ich sage sofort was zu Ihnen. Herr Günther ist seit vergangenem Jahr Richter am Bundesverwaltungsgericht zuständig für das Beamtenrecht zuvor, war er Verwaltungsrichter in Nordrhein-Westfalen, unter anderem auch am OVG Münster und im BMJ Abgeordnet und ans Landesjustizministerium Abgeordnet. Er kennt also beide Aspekte, ist aber jetzt in seiner Rolle als Richter hier gefragt. Frau Andrea Franke, Justizstaatssekretärin in Sachsen. Sie sind auch Richterin, ursprünglich in Hamburg mal als Strafrichterin begonnen, dann nach Sachsen gegangen, Anfang der 90er und dort als Verwaltungsrichterin auch in diversen Funktionen, OVG Bautzen und auch unter anderem Leiterin des Justizprüfungsamtes gewesen. Sie hat heute in dieser Diskussionsrunde quasi eine Art Doppelhut auf, weil sie einerseits natürlich für die Justiz spricht, nicht nur weil sie ursprünglich Richterin ist, sondern auch weil sie im Justizministerium tätig ist. Gleichzeitig ist sie aber auch hier als Vertreterin einer Landesregierung, die nun, so ist es ja auch, dass in Sachsen die Beamtengehälter für verfassungswidrig erklärt wurden, die nun, also wir werden sehen, vielleicht rechtfertig, vielleicht auch nicht, was ihre Landesregierung getan hat und wir werden von ihr hören, was sie nun besser machen wollen und müssen. Jetzt werden wir zunächst mal beginnen mit Herrn Günther, der uns einen kleinen Überblick gibt über die beiden Entscheidungen der vergangenen Jahre und uns die Kriterien und Parameter aufzeigt, die das Bundesverfassungsgericht erarbeitet hat. Man kann sagen, glaube ich, es hat einmal auf den Tisch gehauen und gesagt, so wie bisher geht es nicht weiter. Herr Günther, wir sind gespannt. Ja, ich darf Ihnen versichern, was die Richterbesoldung angeht, jedenfalls bewege ich mich seit gut 15 Jahren in einem extrem erfahrungsverdichteten Raum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gewiss, die Kassenlage des Staates ist stark angespannt, aber wenn schließlich die deutsche Wirtschaft innerhalb ihres Sektors bestimmte Teuerungszulagen für notwendig und tragbar hält, so kann ja diese selbe deutsche Wirtschaft ihre Staatsdiener, die mittelbar genauso zum Funktionieren des deutschen Wirtschaftslebens beitragen, hier nicht mit anderen Maßstäben messen. Eine Besoldungserhöhung im öffentlichen Dienst ist daher bei der eingetretenen Teuerung und der bitteren Not der Beamtenschaft heute in jeder Hinsicht eine zwingende Notwendigkeit, nicht zuletzt auch im Interesse der Allgemeinheit. Denn es könnte sehr leichter Zustand eintreten, dass als Folge einer ständigen Unterbezahlung die besten Kräfte der Beamtenschaft abwandern. Wir wollen es ruhig einmal aussprechen, dass die Bezüge der aktiven Beamten und Pensionäre billigerweise um rund ein Drittel erhöht werden müssten. Sie merken es schon an der Wortwahl, das waren nicht meine Worte. Ich habe zitiert den Vertreter der Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag in seiner Sitzung am 27. September 1951. Allerdings, viel von dem, was dort argumentativ angesprochen wurde, findet man tatsächlich, nicht ganz so, aber als Gedanken in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema wieder. Die amtsangemessene Alimentation der Beamten und Richter genießt als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums Verfassungsrang. Anders als die Löhne der Arbeiter und Angestellten wird die Höhe der Besoldung durch Gesetz festgelegt und nicht auf der Straße durch Arbeitskampf und Verhandlungen. Das führt dazu, dass es eine sehr vielfältige verfassungsgerichtliche Rechtsprechung schon seit den jungen Jahren der Bundesrepublik gibt. Ich sage mal, über Jahrzehnte war diese Rechtsprechung inhaltlich richtig, auch inhaltlich wegweisend, aber sie blieb recht abstrakt und vage. Eine Ausnahme mache ich für die kinderreichen Familien, aber die spielen heute hier nur eine untergeordnete Rolle. Dass dies alles so vage ist, liegt natürlich an dem großen Spielraum, den die Gerichte grundsätzlich dem Gesetzgeber hier zuräumen. Und es liegt vielleicht auch an den nicht ganz so präzisen Vorgaben, die das Grundgesetz macht. Ich erlaube mir, das vollständige Normprogramm hier vorzulesen. Sie kennen das alle. Das Gericht urteilt also auf der folgenden Grundlage. Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Da fällt es jetzt erst mal schwer, die Besoldungshöhe genau abzulesen. Das Gericht hat aber in drei Entscheidungen, ich möchte das heutige Thema um die Entscheidung zur Wehbesoldung im Jahr 2012 wenigstens kurz erweitern, hat in drei Entscheidungen, zwei davon aus dem letzten Jahr, die Alimentationshöhe justiziabel gemacht. Zunächst zur Entscheidung der Wehbesoldung. Da ist ein Punkt, auf den ich nur hinweisen möchte. Das sind nicht der Binnenvergleich, der angestellt wurde zwischen Hochschullehrern und Lehrern, sondern was jetzt auch tragend ist für die weiteren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, das sind die prozeduralen Anforderungen. Wir hatten heute Morgen schon von Begründungspflichten gesprochen und der Frage, wer begründet eigentlich, hier wurde der Standpunkt vertreten, eigentlich ist es der zuständige Referent im zuständigen Ministerium. Jedenfalls verlangt das Bundesverfassungsgericht vom Gesetzgeber Begründungs-, Überprüfungs- und Beobachtungspflichten, um das Manko zu kompensieren, dass man aus diesem üppigen Normprogramm ja nicht so richtig die Besoldungshöhe rauslesen kann. Wichtig bei diesen Verpflichtungen, bei diesen prozeduralen Verpflichtungen ist es, dass der Gesetzgeber vor Erlass des Gesetzes tätig wird. Also es geht nicht um eine nachträgliche Rechtfertigung, sondern beim Gesetz hat das vorzuliegen. Was zur Folge hat, ist das nicht der Fall. Läuft der Gesetzgeber Gefahr, dass allein aus formalen Gründen sein Besoldungsgesetz aufgehoben wird. Ich komme nun zur, ich würde sagen, maßgeblichsten der drei Entscheidungen. Das ist die Entscheidung zur Erbesoldung, die Richterbesoldung im Mai 2015. Wobei ich gleich jetzt schon betone, in der Entscheidung vom November findet sich all das auch wieder, was auch zur Richterbesoldung gesagt wurde. Also hier ist kein Keil zwischen die Richter- und Beamtenbesoldung getrieben worden, sondern sie wird weiter nach einheitlichen Grundsätzen zu bemessen sein. Markant an der Entscheidung ist auch, und das gilt vor allen Dingen für jemanden, der bei der mündlichen Verhandlung dabei war, dass die Entscheidung einstimmig ergangen ist. Das heißt, in meiner Interpretation, dass es sich um eine, dadurch sehr gefestigte, aber um eine Kompromisslinie auch innerhalb des zweiten Senats handelt. Denn jedenfalls war mein Eindruck in der mündlichen Verhandlung, dass durchaus unterschiedliche Ansätze in den acht Herzen der Richter schlugen. Und in den acht Köpfen natürlich auch. Frau Bubrowski sagt es, das Gericht hat mit der Faust auf den Tisch geschlagen, so könnte man sagen, nachdem die wohlfeilen Worte der vergangenen fünf bis sechs Jahrzehnte nicht so richtig von den Gesetzgebern beachtet wurden, sondern es zu einem schleichenden Abwertungsprozess der Besoldung kam, Stichwort Salamitaktik, sind nun rechenbare Kriterien entwickelt worden. Ich will Ihnen diese kurz vorstellen. Es geht darum, dass das Gericht in einem dreistufigen Aufbau nun die Besoldung prüft. Die erste Stufe, das sind diese fünf rechenbaren Kriterien, die ich ansprach. Die zweite Stufe sind etwas weichere Kriterien, die auch die Frage betreffen, ob wir uns im Bereich der Unteralimentation bewegen. Die dritte Stufe, ähnlich einer grundrechtlichen Prüfung, ist die Frage der Rechtfertigung eines möglichen Eingriffs. Die fünf Kriterien sind schnell erläutert. Drei davon orientieren sich an wirtschaftlichen Indizes. Der erste ist derjenige der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst. Von jeher ein Kristallisationspunkt der verfassungsgerechtlichen Rechtsprechung zur Besoldungshöhe. Der zweite ist eine Orientierung am Nominallohnindex. Im Nominallohnindex finden Sie dargestellt die Bruttoeinkommensentwicklung von fast allen abhängig Beschäftigten, der Gesamtbevölkerung. Also hier wird das umgesetzt, was das Gericht über Jahrzehnte schon als eine Orientierung an den allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen angemahnt hat. Hier wird also geschaut, was verdient denn der Arbeitgeber, nämlich das Volk. Und so soll dann die Beamtenbesoldung sich auch weitgehend entwickeln. Das dritte ist der Verbraucherpreisindex. Der trägt im Umstand Rechnung, dass die Alimentation nicht nur, aber auch eben den Lebensunterhalt des Beamten sichert. Steigen die Preise, hat auch relativ weniger in der Tasche. Eine recht einfache Rechnung. Das Gericht kam hier in dezessionistischer Manier, aber wie anders sollte es auch gehen dazu, dass diese Kriterien als Indizien für eine Verfassungswidrigkeit erfüllt sind, wenn in einem Zeitraum von 15 Jahren eine Abweichung von 5% oder mehr gegeben ist. Die zwei weiteren Kriterien betreffen einen Systeminternen und einen Systemexternen Vergleich. Mit dem Systeminternen Vergleich ist das Abstandsgebot gemeint. Der Grundgedanke der amtsangemessenen Alimentation oder ich formuliere anders, der dem Amt angemessenen Alimentation ist ja der, dass für jedes Amt auch die angemessene Alimentation vorhanden ist. Es gibt aber viele Ämter. Also müssen unterschiedliche Ämter, die haben eine unterschiedliche Wertigkeit und sind anders zu besolden. Und wenn ich die Abstände zwischen den einzelnen Ämtern einschmelze, kann das nicht mehr dem Amt angemessen sein. Das ist der Grundgedanke dahinter. Hier hat das Gericht unterstellt, dass wir einen Indiz für die Verfassungswidrigkeit der Besoldung haben, wenn innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren die Abstände um 10% oder mehr sinken. Schließlich der Systemexterne Vergleich. Der betrifft den Vergleich der Besoldung des jeweiligen Landes oder des Bundes mit den anderen Ländern oder eben dem Bund. Hier hätte ich eine Frage an die beteiligten Verfassungsrichter, vielleicht kann sich das erklären, für mich liest es sich nicht ganz eindeutig, womit ich denn zu vergleichen habe. Einerseits klingt es nach einem Vergleich mit Bund oder Ländern, wie viele sind denn gemeint. An einer weiteren Stelle wird sehr deutlich gesagt, es ist der Durchschnitt der Besoldung der anderen Länder gemeint. Wenn ich aber die 10%ige Abweichung, die hier in den Raum gestellt wird, wirklich allein bei einem Abweichen von der Durchschnittsbesoldung anderer Länder erreiche, dann ist dieses Kriterium ein totes Kriterium. Denn es wird nie nur den einen Sünder in der Besoldungsgesetzgebung geben, es wird immer mehrere geben, die dann den Durchschnitt der übrigen senken, sodass ich kaum 10% davon an Abstand gewinnen kann. Geht es um einzelne Länder, so habe ich exemplarisch errechnet, dass wir jetzt schon, je nach Erfahrungsstufe und Besoldungsgruppe, Unterschiede von bis zu 15% ausmachen können. Ich komme nun zur zweiten Stufe der Kriterien. Diese soll Anwendung finden, wenn auf der ersten Stufe wenigstens drei der fünf Kriterien erfüllt sind. Dann nämlich spreche so das Gericht eine Vermutung für die Verfassungswidrigkeit der Besoldung. Mithilfe der weichen Kriterien, das ist jetzt meine Formulierung der zweiten Stufe, soll diese Vermutung erhärtet oder entkräftet werden. Und ich möchte über den Wortlaut der Entscheidung hinausgehen, es muss meines Erachtens auch möglich sein, wenn etwa zwei Kriterien erfüllt sind, vielleicht sogar eklatant erfüllt sind, das dritte nur knapp eben nicht erfüllt. Da muss es meines Erachtens auch möglich sein, mithilfe dieser weichen Kriterien erstmalig zu der Annahme der verfassungswidrig niedrigen Besoldung zu gelangen. Was sind diese Kriterien? Sie entstammen inhaltlich weitgehend dem, was schon immer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts war. Ich nenne die vier großen A. Das ist das Ansehen des Berufsbeamtentums. Das ist die Ausbildung, die der Beamte oder Richter für sein konkretes Amt benötigt. Das ist eine Beanspruchung im Amt. Und ganz wichtig, die Attraktivität des Beamten- und Richterberufes. Diese hat, da sieht man nämlich, dass es nicht nur um Lebensunterhalt geht, die Besoldungshöhe hat, vielmehr eine qualitätssichernde Funktion. Nur, und das ist der Leistungsgedanke von Artikel 33 Absatz 2, nur wenn es gelingt, die besten Köpfe eines jeden Jahrgangs in den Staatsdienst zu ziehen, kann die Beamtenschaft, kann die Richterschaft die hohe Qualität der Arbeit bringen, die erforderlich ist und die wir uns im Staatsdienst wünschen. Des Weiteren wird ein Vergleich mit der Privatwirtschaft genannt. Aus Richtersicht vergleicht man sich gern mit den besten und bestverdienenden Anwälten. Solche Vergleiche hinken, aber es ist auch richtig, dass man sie nicht gänzlich aus dem Blick verlieren darf. Ein weiterer Komplex wird genannt, den ich erwähnen möchte. Das ist ein Zusammenhang, der gesehen wird zu Beihilfe und Versorgungsleistungen. Das liegt daran, dass diese drei Bereiche, Besoldung, Versorgung, Beihilfe, sind die wesentlichen Bereiche, in denen der Beamte Geld erhält. Ich will es am Beispiel der Versorgung erläutern. Die Versorgung, so wie wir sie nach dem heutigen System erfahren, also die Versorgung der Beamten und Richter, ist eine Vollversorgung, anders als in der gesetzlichen Rentenversicherung, die nur eine Basisversorgung ist, die um die betriebliche Altersvorsorge ergänzt werden soll. Aus diesem Grund sind in den 50er Jahren die Beamtengehälter auch im Brutto abgesenkt worden. Wenn nun der Beamte nicht dafür vorsorgen soll und auch nicht mit Hilfe der betrieblichen Altersvorsorge vorsorgen kann, zusätzlich neben seiner Versorgung durch den Dienstherrn, dann bedeutet dies, dass wenn erhebliche Eingriffe in die Versorgung erfolgen, dass gleichzeitig wie im System der kommunizierenden Röhren zu einer Aufbesserung der Besoldung führen muss. Das entnehme ich der Entscheidung recht deutlich und damit hat das Bundesverfassungsgericht in kluger Voraussicht denjenigen Finanzministern als Wasser abgegraben, die nach einer Pleite im Besoldungsrecht sich vielleicht der Versorgung zuwenden wollten. Ich komme nun zur dritten Stufe, der Frage der Rechtfertigung eines möglichen Eingriffs. Hier haben wir zu unterscheiden zwischen Eingriffen innerhalb des zulässigen Bandes der Besoldungshöhe. Ich sprach ganz zu Anfang von dem weiten Spielraum, den der Gesetzgeber hat. Und dann gibt es Eingriffe, die die Untergrenze verletzen, die also selbst unter die Untergrenze gehen. Was die Eingriffe innerhalb der zulässigen Besoldungshöhe angeht, hat das Gericht den relativen Normbestandsschutz, das ist der Terminus technicus betont, Das heißt, eine Kürzung der Besoldung oder auch eine Nichtteilhabe an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ist zu rechtfertigen. Und es darf nicht allein mit der Finanznot gerechtfertigt werden, vielmehr, es muss sich eine Rechtfertigung aus dem System der Beamtenbesoldung ergeben. Ein Umstand, der für Finanzminister nicht ganz einfach zu bewerkstelligen sein wird. Ist denn auch eine Absenkung unter die denkbar zulässige Untergrenze der Beamtenbesoldung denkbar? Wir müssen uns hier noch mal vor Augen führen, dass die amtsangemessene Alimentation Verfassungsgut ist. Nach der allgemeinen Verfassungslehre heißt das, ein Eingriff kann nur erfolgen zugunsten eines anderen Verfassungsgutes. Und wenn wir hier den Konflikt sehen, müssen wir versuchen, eine praktische Konkordanz herzustellen. Das Bundesverfassungsgericht nennt hier ausdrücklich die Neuverschuldung, das Neuverschuldungsverbot, das ebenso Verfassungsrang genießt. Es wird angesprochen, dass die Länder davon erst 2020 betroffen sind, aber es natürlich Vorwirkungen geben muss. Man kann nicht ad hoc einen ausufernden Schuldenhaushalt im nächsten Jahr auf Null stellen. Das wissen wir, glaube ich, alle. Das heißt, auch jetzt schon kann es Vorwirkungen dieses Verbots geben, aber der Eingriff in die Beamtenbesoldung soll dennoch nur zulässig sein, wenn, und das ist eine gewisse Konsequenz aus dem Haushaltsverfassungsrecht, wenn eine Ausnahmekonstellation nach Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 vorliegt. Das sind also die Ausnahmen, die auch zur Netto-Kreditaufnahme trotz bestehender Schuldenbremse ermächtigen würden. Diese Ausnahmen sind die Notwendigkeit des Ausgleichs von Konjunkturschwankungen, Naturkatastrophen und Notsituationen. Also erstmal muss ein solcher Ausnahmefall vorliegen und zweitens wird dann erwartet ein schlüssiges Haushaltsgesamtkonzept. Das heißt, finanzverfassungsrechtlich gesprochen, gehe ich in die Netto-Kreditaufnahme, muss ich aufzeigen, wie ich in guten Zeiten da wieder rauskomme, wie ich also die Schulden auch mal tilgen werde. Besoldungsrechtlich gesprochen heißt das, fahre ich aufgrund der Notsituation die Besoldung unter die zulässige Grenze, muss sichtbar werden, wann und wie ich da wieder rauskomme. Diese Voraussetzungen sind schon wegen der engen Ausnahmen recht eng. Soviel zur Entscheidung von Mai 2015. Sie haben bemerkt, es geht dabei immer um die relative Besoldungshöhe. Es ging also immer um die Entwicklung von Jahr zu Jahr. Entsprechend Inflation und Tarifentlohnung gibt es ja in der Regel kleinere Anpassungen. Manchmal fallen sie aus, das nennt man dann Nullrunde. Aber im Wesentlichen geht es um eine relative Entwicklung in dieser Entscheidung. Das wird auch alles wiederholt in der Beamtenentscheidung aus November 2015. Aber zum vierten Parameter Abstandsgebot finden wir ein, wie ich meine, bislang in der Diskussion unterschätztes Urbiter Diktum. Dort sind neben der relativen Bemessung der amtsangemessenen Alimentation ist auch die absolute Höhe angesprochen, indem auf den Vergleich mit der Sozialhilfe angesprochen wird. Das kennen wir schon von der dritten Kindrechtsprechung. Das dritte Kind muss wenigstens so viel mehr in der Tasche bringen, wie auch ein Sozialhilfeempfänger für das dritte Kind erhalten würde. Und auch hier sagt das Gericht, natürlich im Konjunktiv, wie es sich gehört für ein Obiter Diktum, auch der am schlechtesten besoldete Beamte, ich weiß nicht, ob es noch A2er gibt, A4er jedenfalls, weiß ich, gibt es. Und da steht nicht so viel in der Tabelle, wenn Sie mal nachschauen. Auch der am schlechtesten besoldete Beamte muss aber einen Mindestabstand zur Sozialhilfe haben. Denn die Sozialhilfe gibt nur das, was aufgrund der Menschenwürde unmittelbar unbedingt notwendig ist. Da wird ja ein Beamter, der ein öffentliches Amt ausübt, wohl mehr verdienen müssen. Im Raum stehen auch hier die 15 Prozent. Und wenn Sie jetzt mal nachrechnen und die beamtenrechtliche Normalfamilie nach dem Bundesverfassungsgericht sich anschauen, dann werden Sie feststellen, dass diese 15 Prozent, je nach Bundesland, bis hin in die Besoldungsgruppe A8 nicht erreicht werden. Sie können Rechenbeispiele nachlesen. Im Artikel von meinem Kollegen Martin Stuttmann im Februarheft der NVWZ müsste dieser Tage erscheinen. Das Gericht hat sich auch Gedanken gemacht, wie man denn da rauskommt. Und hat so Stichworte angesprochen, Erhöhung der Beihilfe auf 100 Prozent für die unteren Besoldungsgruppen, Erhöhung des Eingangsgehalts, Anpassung des Familienzuschlags und, und, und. Aber es gilt natürlich trotzdem das beamtenrechtliche Abstandsgebot. Das heißt, heben Sie ganz unten die Besoldung an, in welcher Form auch immer, muss durch den Zwangsabstand zu den anderen Besoldungsgruppen womöglich die gesamte Besoldungstabelle angehoben werden. Da steckt meines Erachtens noch einiger Sprengstoff für die Finanzminister drin. Das Bundesverfassungsgericht spricht höflich zurückhaltend in diesem Zusammenhang, von der, ich zitiere, Berücksichtigung, der sich in diesem Fall für höhere Besoldungsgruppen möglicherweise aufgrund des Abstandsgebotes ergebenden Konsequenzen. Es könnte hier, wir befinden uns ja in Berlin, ein Ruck durch die Besoldungstabelle gehen. Erlauben Sie mir am Ende noch ein paar Bewertungen, jedenfalls, was die Mai-Entscheidung, auch die November-Entscheidung angeht. Es scheint mir aus Sicht der Finanzminister jedenfalls vielleicht eine salomonische Entscheidung zu sein, aus folgendem Grund. Einerseits wird, das hat die Finanzminister vielleicht nicht so gefreut, eine ganz klare, nachrechenbare Grenze gezogen, ein absolutes Novum. So etwas haben wir bisher nicht gehabt in der besoldungsrechtlichen Rechtsprechung. Andererseits muss man feststellen, wenn man den Taschenrechner zur Hand nimmt, diese Grenze liegt etwa auf dem Niveau des Status Quo. In einzelnen Ländern ist nachzubessern, aber in überschaubarem Rahmen. Es wird natürlich dazu führen, diese schöne Berechnungsmethode, dass in der Zukunft nicht mehr nach der angemessenen Alimentation innerhalb des zulässigen Spektrums gesucht wird, sondern es wird die Diskussion nur darum gehen, wo ist die zulässige Untergrenze. Das ist einerseits traurig, andererseits haben wir uns ohnehin ja in diesem Bereich bewegt. Mein Credo ist, dass man nicht vorschnell, weil es so leicht ist, sich nur auf die Zahlen der ersten Prüfungsstufe konzentrieren darf, sondern dass die zweite Stufe ernst zu nehmen ist. In einzelnen Ländern, ich möchte keinen Namen nennen, soll es schon so sein, dass jetzt nur noch spitz auf Knopf gerechnet wird, wie ist die Besoldung in einem einzelnen Jahr zu erhöhen, um für das dritte Kriterium die 4,9% zu erreichen. Ob das dem Geist der Entscheidung entspricht und ob das die Autoren der Entscheidung in Karlsruhe erfreut, weiß ich nicht. Wie gesagt, sollte ein Affirer demnächst nach Karlsruhe ziehen und vielleicht in der Folge danach ein höher besoldeter Beamter sich auf das Abstandsgebot berufen, könnte nochmal Bewegung in die Gesamttabelle kommen. Ob es das Drittel, was Dr. Miesner von der FDP, den ich anfangs zitierte, in den Raum gestellt hatte, sein wird, weiß ich nicht, aber ich möchte Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten, was Dr. Miesner, immerhin Vertreter der Regierungsfraktion damals im Weiteren sagte, das war, leider können wir jedoch als Regierungsparteien, die in erster Linie die Verantwortung für den Gesamthaushalt tragen, einen solchen Antrag für das laufende Jahr nicht stellen. Das bringt meines Erachtens das ganze Dilemma auf den Punkt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist wohl auch bislang nicht gestellt worden, dieser Antrag, jedenfalls nicht von Regierungsseite. Frau Franke, wenn Sie jetzt hören, es könnte ein Ruck durch die Besoldungstabelle gehen, wie sieht es da aus, freut sich da Ihr Richterherz oder bangt da Ihr Regierungsherz? Ja, Sie haben zu Anfang erwähnt die Sonderrolle, die ich hier einnehme und ich habe an einer Stelle etwas gemurrt, das will ich vielleicht nochmal erklären. Als Mitarbeiterin des Justizministeriums fühle ich mich durchaus der Justiz zugehörig, um das deutlich zu machen, selbstverständlich nicht zur Rechtsprechung, das ist ja völlig klar, aber zur Justiz wollen wir eigentlich schon gehören, genauso wie die Staatsanwälte, die Justizvollzuspardiensteten und eben auch die Mitarbeiter des Justizministeriums. Aber natürlich ist in der Person des Justizministers und ein bisschen auch in meiner Person eine Mitgliedschaft in der Regierung und damit eine Gesamtverantwortung da, das ist völlig klar. Wenn ich jetzt gefragt würde, freue ich mich mehr über die Entscheidung oder sehe ich es eher mit einem weinenden Auge, kann ich das gar nicht so ganz deutlich sagen. Ich freue mich natürlich, wenn wir Mitarbeitern von uns in der Justiz, aber auch generell im Freistaat Sachsen mehr Gehälter zahlen können. Ich freue mich natürlich insbesondere für die sächsischen Richter, die hier auch anwesend sind, aber ich freue mich für alle, wenn sie mehr Geld bekommen. Ich freue mich über die Entscheidung insofern, als ich eine vehemente Verfechterin des Berufsbeamtentums bin, unabhängig von der Justiz. Trotzdem aus tiefstem Herzen und nicht ganz selbstverständlich, muss ich vielleicht dazu sagen, manch einer wird sich noch erinnern, im Zuge der Wiedervereinigung ist das Berufsbeamtentum bei den neuen Bundesländern nicht nur auf Begeisterung gestoßen und nicht nur selbstverständlich hingenommen worden, wie wir es vielleicht aus Westdeutschland kennen. Da gab es heiße Diskussionen um das Berufsbeamtentum. Man merkt es zum Beispiel daran, dass die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums in der sächsischen Verfassung nicht stehen. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Verfassungen ist, aber in Sachsen stehen sie nicht drin. Man merkt es daran, dass sehr viel zurückhaltender verbeamtet worden ist. Deswegen ist meine Position keine ganz selbstverständliche. Insofern freue ich mich also über die Entscheidung. Ich sehe sie allerdings auch mit einem Risiko für die Berufsbeamtenschaft und da ziehe ich jetzt einfach die Richter mal mit ein, der Einfachheit halber, weil durch diese Entscheidung natürlich nicht mehr Geld zur Verfügung stehen wird. Wer jemals Haushaltsverhandlungen geführt hat innerhalb einer Regierung oder im Landtag weiß, dass das nicht vergnügungssteuerpflichtig ist und es wird nicht dadurch einfacher, wenn die Bediensteten jetzt pro Kopf sozusagen mehr kosten. Das Erste, was ein Finanzminister dann sagt, ist, da gibt es eben weniger Stellen. Selbstverständlich weniger Stellen, ohne gleichzeitig eine Aufgabenkritik anzuschließen. Das heißt, dieselben Aufgaben müssen mit weniger Leuten für ein dann vielleicht höheres Gehalt erledigt werden. Das ist das eine, das eine Risiko, das ich jetzt ganz praktisch sehe und auch ziemlich emotional, muss ich sagen, weil wir gerade in Haushaltsverhandlungen stehen und ich entsprechend geladen bin aus den ersten Gesprächen. Der zweite Punkt, die zweite Gefährdung, die ich sehe, ist, dass eine Flucht aus dem Beamtentum stattfindet, da wo es geht. Bei Richtern, Staatsanwälten, Polizei geht es selbstverständlich nicht, aber es gibt natürlich Bereiche, wo man sich so oder so entscheiden kann, siehe zum Beispiel die Lehrer in Ostdeutschland. Und vielleicht führt es dazu, dass langfristig weniger verbeamtet wird und mehr auf den Angestellten im öffentlichen Dienst gesetzt wird. Und das wiederum würde ich nicht als eine Stärkung, sondern als eine Schwächung das Institut des Berufsbeamtentums sehen und mit Sorge sehen. Herr Günther, Sie haben die Gefahr aufgezeigt, dass in dem Moment, in dem das Verfassungsgericht eine Mindestschwelle definiert, natürlich ganz deutlich die Gefahr am Raum steht, wenn wir hören, unter was für finanziellen Zwängen die Länder stehen, dass das nicht mehr die Mindestbesoldung, sondern der Richtwert wird für die Zukunft. Das Verfassungsgericht hatte wahrscheinlich gar keine andere Wahl, der kann ja nicht, also es ist ja nun, wie Sie sagten, nicht aus Artikel 33 Absatz 5 ablesbar, welche Höhe jetzt wünschenswert oder im Durchschnitt angemessen wäre. Vielleicht sagen Sie noch mal, wo sehen Sie dann das Problem verortet? Sollte man das eigentlich an den Gesetzgeber vielleicht zurückspielen? Ist, ohne dass ich jetzt auf die Diskussion von heute Morgen zurückkommen will, ist es vielleicht auch ein föderales Problem, dass wir diese Diskrepanzen zwischen den Ländern haben, die eben in ihrer finanziellen Ausstattung auch unterschiedlich dastehen? Das muss man ja ganz klar sagen. Wie würden Sie da Abhilfe schaffen wollen? Ja, da Abhilfe zu schaffen ist natürlich nicht ganz einfach. Dass die Länder ihre Beamten und Richter unterschiedlich besäulen, das war gewollt in der Föderalismusreform. Es wird jedenfalls von Beamten und Richtern und ich möchte mich der Kritik anschließen, wobei ich da ein Geläuterter bin, es führt nicht zu guten Zuständen, wenn wir hier so einen, ja, es wird manchmal das Wort vom Schäbigkeitswettbewerb benutzt, wenn wir den haben. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt natürlich ja eine äußere Grenze gezogen, also die Besoldung der Beamten und Richter in den Ländern kann nicht unendlich auseinanderdriften, aber die Spielräume, ich habe ja das Beispiel mit dem Durchschnitt der Länderbesoldung gebildet, die Spielräume sind da natürlich recht weit. Als ich das zuerst mitkriegte 2006, als überzeugter Föderalist, dachte ich mir, ja, das ist doch klar, die Länder müssen ja auch die vielen Beamten bezahlen und sollen auch die Besoldungshöhe feststellen. Das war vielleicht etwas naiv, weil mir nicht klar war, dass das zu einem Wettbewerb nach unten führen würde. Im Nachhinein, wie gesagt, ein bisschen naiv der Ansatz. Frau Franke, Sie haben das Problem angesprochen, dass möglicherweise das Beamtentum geschwächt wird, in dem bestimmte Bereiche, nicht so sehr natürlich im Bereich der Justiz, sozusagen in privaten Strukturen abläuft. Es gibt ja noch eine andere Gefahr, die Herr Günther schon ansprach, nämlich, dass eben nicht mehr die Besten sich für die Justiz entscheiden. Da wollte ich mal fragen, Sie waren ja auch mal Leiterin des Justizprüfungsamtes. Gibt es da eigentlich schon empirische Daten? Ich meine, dass das Bundesverfassungsgericht dazu jedenfalls, also es hat sich da sehr vage gehalten in dem Bereich. Also ist es so, dass man feststellen kann, dass es in den Ländern, dass man mit den Anforderungen hinuntergehen muss, weil es nicht mehr so viele Leute gibt, die das machen wollen zu den Konditionen? Für alle Länder kann ich mich nicht äußern. Für Sachsen kann ich sagen, es ist im richterlichen Bereich nicht so. Da sind wir bei den gleichen Einstellungsvoraussetzungen geblieben, bei denen wir seit, sage ich mal, vielen Jahren jetzt gewesen sind. Im gehobenen Dienst merkt man es so langsam, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Jetzt immer für Sachsen gesprochen, also für den Rechtspflegerbereich, ich kann natürlich auch nur für die Justiz antworten, da haben wir auf, sagen wir mal, 20 Anwärterplätze nur noch 900 Bewerbungen, während wir bis vor kurzem 1700 Bewerbungen hatten. Also das ist ein Niveau, mit dem man noch gut auskommen kann. Aber es gibt natürlich andere Bereiche und die sind eben von den niedrigeren Besoldungsordnungen vor allen Dingen betroffen. Justizvollzug, wo es wirklich schwierig wird, langsam geeignete Kandidaten zu bekommen. Und beim Justizvollzug kann sich das jeder vorstellen, wie wichtig es da ist, geeignetes Personal zu bekommen. Bei der Gelegenheit vielleicht die Passage in der Verfassungsgerichtsentscheidung oder in den Entscheidungen gerade zu dem Ansehen und zu der hohen Qualität, die gewährleistet werden muss, ist mir auf der einen Seite finde ich sie wunderbar, das würde ich sofort unterschreiben, nur die Besten dürfen zum Start kommen. Ich finde sie nur deswegen ein bisschen verkürzt und für uns letztendlich auch nicht hilfreich, als sie eben nur aufs Finanzielle abstellt. Aber die Frage, welche Bewerber wir für unseren Justizdienst haben, hängt ja nicht nur vom Geld ab. Gott sei Dank kann ich nur sagen, sonst könnten wir mich in relativ kurzer Zeit sowieso einpacken. Mit den Gehältern, mit den Spitzengehältern bei großen Kanzleien oder in der Privatwirtschaft würden wir vermutlich ja nie mithalten können. Sondern die Frage, welche Bewerber bekomme ich, hängt einmal vom Angebot ab. Wenn ich da an Anfang der 90er Jahre denke, das ist vielleicht die Situation, auf die Sie anspielten auch, hatten wir natürlich ein ganz anderes Einstellungsniveau für den richterlichen Dienst, als wir es jetzt haben. Jetzt sind wir in Sachsen bei neun Punkten in beiden Staatsexamen, so ungefähr. Wir haben keine feste Staatsnote. Damals haben wir mit vier Punkten eingestellt, mit fünf Punkten eingestellt. Hauptsache, wir haben überhaupt Juristen gekriegt. Und so wird es im Übrigen wahrscheinlich in zehn, 15, 20 Jahren auch wieder sein. Da darf man sich nichts vormachen. Jedenfalls in Ostdeutschland geht dann die große Pensionierungswelle los und da werden mit Sicherheit die Einstellungsvoraussetzungen sich wieder absenken müssen und es hat mit dem Gehalt erstmal gar nichts oder mit der Besoldung gar nichts zu tun. Was wieder zeigt, dass Qualität eine sehr relative Betrachtung sein kann, je nach Situation. Herr Rixen, Entschuldigung. Der saß heute Morgen auch zu Ihrer Rechten. Ich wollte vielleicht ein bisschen aus meinem Heimatland, Nordrhein-Westfalen, beisteuern. Was die Attraktivität und die Anziehungskraft auf den Richterberuf angeht, ich habe natürlich im richterlichen Bereich da mehr Erfahrung als im Beamtenbereich, da ist es schon so, dass einerseits zwar nicht offiziell die Einstellungsanforderungen abgesenkt werden, aber jedenfalls, wenn das Hören, Sagen stimmt, dann gibt es immer mehr Schwierigkeiten, ich sage mal, das alte Examensniveau und das alte Bewerberniveau zu halten und einzelne Bewerbungsrunden beispielsweise sind dann ergebnislos verlaufen, weil man sich dann doch entschlossen hatte, dass von den Dreien, Vieren, die sich an dem Tag vorstellten, keiner in Betracht kam. Das ist wohl ein Novum. Wie gesagt, das ist Hören, Sagen, aber es hat mich so häufig erreicht, dass ich dem einen gewissen Wahrheitsgehalt beimesse. Ein weiteres ist natürlich auch, wie sich die Politik gegenüber der Beamtenschaft und der Richterschaft präsentiert, ob die Beamtenrichterschaft den Eindruck hat, dass die Politik die Arbeit wertschätzt und auch sich Mühe gibt, das in Besoldung zum Ausdruck zu bringen oder ob der Eindruck entsteht, man wird im Wesentlichen als Sparposten gesehen. Das wirkt sich meines Erachtens mittelbar auch auf die Bereitschaft von potenziellen Bewerbern auf, sich dem Staatsdienst zuzuwenden. Das ist ein sehr sensibler Bereich, in dem man an alle, die Verantwortung tragen, nur appellieren kann, da sorgsam mit umzugehen. Also uns bewegt ja die Frage, was ist uns der Rechtsstaat wert und wenn man zum Beispiel hier in Berlin, wo ich mein Referendariat gemacht habe, teilweise sieht, wie Verhandlungszimmer im Strafgericht, beim Einzelrichter aussehen, dann wundert man sich auch nicht sonderlich, dass der Intensivtäter nicht sonderlich viel Respekt hat, wenn man sozusagen ungefähr so eng beisammen sitzt und irgendwelche Möbel, die ganz eindeutig in irgendeiner Justizvollzugsanstalt angefertigt wurden und schon am Zusammenbrechen sind, also auch da zeigt sich, was ist uns der Rechtsstaat wert und was muss er uns wert sein, um auch seine Aufgabe zu erfüllen und da geht es weniger um Einschüchterung von irgendwelchen Bürgern als sozusagen auch um die Ausstrahlung von Autorität, was ja der Bürger auch wahrscheinlich erwartet. Wir haben heute Nachmittag nur wenig Zeit, deswegen möchte ich Sie jetzt schon mal einladen, falls Sie Anregungen und Fragen haben, sich zu melden, damit Sie auch zu Wort kommen. Gibt es schon irgendwen, der sich berufen fühlt? Ne, gibt es noch nicht. Okay. Dann frage ich Sie noch mal, wie ist das eigentlich, wenn Sie jetzt mit Ihren Kollegen aus dem Finanzministerium sprechen, die waren ja damals auch in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe durchaus aktiv, jedenfalls kann ich mich erinnern, dass die an Journalisten ständig irgendwelche Tabellen verteilt haben, was gerade noch drin wäre und so weiter. Was hören Sie jetzt eigentlich von denen, wie wird diese Entscheidung umgesetzt? Sie müssen ja in Sachsen nachbessern, was die A10-Gehälter angeht. Ist dieses Urteil eigentlich überhaupt in der Praxis verständlich, umsetzbar? Da bin ich sehr froh, dass da das Finanzministerium zuständig ist und nicht wir, weil die haben damit an irgendwelchen Stellen große Schwierigkeiten, das auszurechnen. Wir versuchen da so ein bisschen in der Auslegung mitzuhelfen, aber in der Tat scheint es da wohl Probleme zu geben, was man genau ansetzt und wann man Ost-Vergleich und wann man West-Vergleich der Sonderzahlung unterstellt und all solche Dinge. Also das scheint nicht ganz einfach zu sein. Bei uns leuchten da insofern die Alarmglocken, als wir das Gefühl haben, es geschieht genau das, was Sie vermutet haben. Man rechnet die absolute Untergrenze aus, statt da mal ein bisschen generös dran zu gehen, aber das ist einem Finanzminister und Ministerium vielleicht auch nicht gegeben, ein bisschen Pi mal Daumen zu rechnen. Wahrscheinlich, ja. Ich könnte da vielleicht noch ein kleines Risiko ergänzen, was das Bundesverfassungsgericht den Finanzministern aufgegeben hat. Im Subsumtionsteil des Urteils sieht man, wie das Bundesverfassungsgericht selbst dann nachrechnet und da wird, ich bilde jetzt das Beispiel der Besoldung für das Jahr 2016, da ist dann der 15-jährige Zeitraum von 2002 bis 2016 heranzuziehen. Die ganzen Indizes, die Sie einstellen müssen in die Berechnung, wissen Sie aber erst Anfang 2017. Bei den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienstmarkt mag das anders sein, die stehen ja manchmal vorher fest, wenn sie nicht gerade frisch verhandelt werden, aber jedenfalls der Verbraucherpreisindex, den Nominallohnindex, den kennen Sie also erst immer in dem Jahr, nachdem Sie aber schon Besoldung gezahlt haben und durch Gesetz festgelegt haben, arbeiten hier die Finanzminister und dann nicht mit einem Sicherheitsabstand, laufen Sie Gefahr, in die verfassungswidrige Besoldung zu laufen. Vielleicht nur in geringem Maße, aber die Gefahr besteht. Ja, vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Ich hätte, wenn ich es rechnen müsste, vor allen Dingen mit der zweiten Stufe, ehrlich gesagt, Probleme, insbesondere mit der Qualitätssicherungsklausel, so nenne ich sie jetzt mal, wo in der Entscheidung zur Richterbesoldung, da ging es ja um Sachsen-Anhalt, diskutiert wurde, wie ist da das Einstellungsniveau und dann wird das verglichen mit der Anzahl derjenigen, die diese Einstellungsnote in Sachsen in den Examiner die letzten Jahre erreicht haben, voll befriedigend. Das ist auch diese Stelle, die ich eben ein bisschen schwierig finde, nur da, darin die Sicherstellung zu sehen, ob die Qualität wirklich gesichert wird und man die besten Kandidaten kriegt. Aber ich habe mich vor allen Dingen gefragt, warum wird jetzt nur ein Vergleich gezogen oder nur herangezogen die Zahl der VB-Abgänger in Sachsen-Anhalt. Ganz zu Anfang stellt die Entscheidung auch darauf ab, zu Recht, dass vor allem Berufsanfänger ja auch örtlich flexibel sind, also müsste man ja eigentlich die VBs in ganz Deutschland sich mal angucken, die Noten und das sieht in einigen Ländern eben ganz anders aus. In Sachsen zum Beispiel sehr wenig, in anderen Ländern gibt es das doch deutlich häufiger und wenn ich diese zweite Stufe wirklich ernst nehmen will, dann hätte ich damit Probleme, worauf ich jetzt eigentlich abstellen muss. Wenn ich ganz kurz ergänzen darf, der Punkt ist auch der, wo ich nicht so ganz glücklich bin mit der Entscheidung, weil ich mich gefragt habe, ist es wirklich ernst gemeint, dass auch eine Vermutung, die ich nach Berechnung nach der Stufe 1 habe, eine Vermutung für die verfassungswidrige Unteralimentation widerlegt werden kann durch diese weichen Kriterien, wie Sie gesagt haben, in der Stufe 2. Der Subsumptionsteil beim Verfassungsgericht ist da ja immer relativ flott, will ich mal sagen, da wird das hingestellt und nicht weiter ausgeführt. Da hätte ich die Subsumption gerne mal zum einfachen Dienst zum Beispiel gehört. Da sind die Anforderungen natürlich gering, das Ansehen wird auch relativ gering sein und dann soll dieses Kriterium dazu geeignet sein, eine Vermutung der Unteralimentation im einfachen Dienst in meinem Beispielsfall zu widerlegen. Das würde ich gerne mal sehen, wie das funktionieren soll oder ob das nicht tatsächlich dazu führt, dass wir, je höher man kommt, desto wichtiger wird diese zweite Stufe und je weiter unten man ist, desto unwichtiger und ob das richtig ist, wäre mir dann die Frage. Also die Frage ist, wie justiziabel ist eigentlich die zweite Stufe, wo eben diese Kriterien, Sie sprachen es an, Ansehen, Qualität der Justiz drinsteht und wenn nun die Besoldung so eklatant unterhalb dieser Indizes liegt, die in Stufe 1 aufgeführt werden, stellt sich in der Tat die Frage, welche Rolle spielt diese zweite Stufe eigentlich in der Praxis, Herr Günther? Welche Rolle sie spielen wird in der Praxis, wir sind ja ganz neu im Umgang mit dem Urteil, das müssen wir erst noch sehen. Sie kann dann auf jeden Fall funktionieren, wenn Sie von gutmeinenden Menschen mit Leben gefüllt werden sollen. Ob wir die finden angesichts der Haushaltsnöte in den öffentlichen Haushalten, wage ich im Moment zu bezweifeln. Ich hatte vorhin appelliert, dass man diese Stufe dennoch nicht ganz vergessen soll. Das ist meines Erachtens wichtig, weil da viel Wichtiges und Richtiges drinsteht, was sich nicht alles in Zahlen ausdrückt. Man könnte ja andersrum dem Gericht einen Vorwurf machen, Sie würden das jetzt alles auf Zahlen reduzieren, aber den Vorwurf kann man eben nicht machen, weil das, was da an Gedankengut und an Bedeutung des Berufsbeamtentums hintersteckt, findet eben Ausdruck in diesen Kriterien. Und ich möchte vielleicht auf Sie, Frau Franke, kurz antworten, dass mit dem Ansehen und so, je nach Besoldungsgruppe, das drückt sich ja ohnehin schon in der unterschiedlichen Besoldung aus. Deswegen habe ich nicht die Sorge, dass diese Kriterien nur bei den höheren Besoldungsgruppen Bedeutung erlangen. Sie sind eben im einzelnen Fall anders zu gewichten. Ich sage mal, dass, ohne jetzt irgendjemand auf die Füße treten zu wollen, aber das Ansehen des Amtswachtmeisters in seiner Bedeutung in der allgemeinen Bevölkerung muss dann eben auch nicht so hoch sein wie das des besser bezahlten Richters beispielsweise. Trotzdem bleibt das Problem, wie rechnen wir anhand des Kriteriums Ansehen und Qualität ein Gehalt auf die Nachkommastelle aus? Darauf gibt auch die zweite Stufe jedenfalls keine Antwort. Die Einladung, sich zu beteiligen, steht natürlich nach wie vor. Ja, da haben wir jetzt jemanden. Ja, vielen Dank, Thiel aus Göttingen. Ich habe nur mal eine etwas dogmatischere Frage vielleicht. Sie hatten es angesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch diesen Ländervergleich vorsieht, also 15 Prozent. Und Sie waren etwas unsicher, ob das jetzt auf den Durchschnitt bezieht, auf einzelne Länder. Ich frage mich dogmatisch, ob es eigentlich richtig ist, überhaupt zu vergleichen. Denn wir haben ja das Phänomen, dass wir einen bundesweit wirksamen Grundsatz letztlich haben in 1933, der für alle Länder gilt. Aber die Zuständigkeit für die Ausfüllung liegt beim einzelnen Land. Und das ist ja auch eine Buste Entscheidung gewesen, die natürlich in Kauf nimmt, dass sich die Höhe unterscheidet. Jetzt ist die Frage, ist es dann eigentlich sinnvoll oder zulässig, jetzt wieder mit anderen Ländern zu vergleichen, wenn die Höhe einmal festgesetzt ist. Denn Sie haben zwar den negativen Fall geschildert, dass die Länder sozusagen nicht so weit weg sind, weil alle so tief sind. Aber Sie können den umgekehrten Fall auch nehmen. Land wird unter Zugzwang gesetzt, allein dadurch, dass ein anderes Bundesland die Besoldung erhöht. Dann plötzlich ist nämlich der Abstand wieder zu groß und dann muss es auch nachziehen. Also die Frage, ist es eigentlich zulässig, die Zuständigkeit auf Ländesebene zu haben und bei der Berechnung oder beim Vergleich dann wieder über die Länder hinweg zu schauen. Race to the top statt race to the bottom. Die Frage habe ich mir in der Tat auch gestellt. Das Gericht gibt aber eine Begründung in der Entscheidung, die ich für richtig halte. Es geht um die qualitätssichernde Funktion der Alimentation. Ich hatte das vorhin in meinem Statement kurz angerissen. Jedenfalls bei der Einstellung vom Berufseinsteigern befinden sich die Länder in einem Wettbewerb. Dieser Wettbewerb wird umso größer, je mehr die Einstellungsbedingungen, namentlich die Alimentation, abweicht. Und um Artikel 33 Absatz 2 gerecht zu werden, dass nämlich nicht nur in den gutzahlenden Ländern, sondern in allen Bundesländern möglichst die besten Leute eingestellt werden sollen, sagt das Gericht, dann kann die Alimentation aber nicht zu weit auseinander geraten, sonst haben sie in dem Land was am schlechtesten zahlt, nämlich nicht mehr die Möglichkeit, an gutes Personal zu kommen. Vor diesem Hintergrund meine ich, ist das ja ein Kompromiss zwischen einerseits Artikel 33 Absatz 2 Leistungsprinzip und andererseits dem föderalen Prinzip, das natürlich eine Abweichung erlauben muss. Ja, also zur dogmatischen Frage möchte ich mich nicht einmischen, da ist mir hier das Niveau zu hoch, das schaffe ich nicht, aber ich glaube schon, dass das eine Entscheidung ist, die spezifisch auf diese Zeit zugeschnitten ist, wo die Gehälter gekürzt werden, die Besoldung gekürzt wird und es wird ein ganz großes Problem, wenn die Gehälter wieder, die Besoldung, Entschuldigung, wieder steigen wird und ich denke, das wird in 10, 15, 20 Jahren geschehen, da haben wir einen Wettlauf nach oben, gegen eine zu hohe Besoldung klagt natürlich niemand und dann lässt sich das nicht einfangen und die nicht ganz so starken Länder werden gezwungen, sind sowieso die Verlierer, weil sie die guten Kandidaten nicht mehr kriegen und werden gezwungen nachzuziehen. Das denke ich schon, das ist eine Entscheidung, die spezifisch in dieser Zeit richtig sein mag, aber sich auch bewähren muss in 10, 20, 15 Jahren. Herr Paulus. Ich wollte noch eine Nachfrage stellen, mehr im Gedanken an meine Mitarbeiter. Es gibt ja in einigen Ländern die Tendenz, ist, dass man für die Einstiegsgraus gerechnet bei den Einsteigern die Bedingungen, manchmal sogar die Gehälter absenkt. Ich frage mich, ob es da vielleicht jemanden gibt, der das für Verfassungsrecht problematisch hält und ob vielleicht jemand bereit ist, das auch irgendwann mal an die entsprechenden Instanzen zu bringen. Ich entscheide darüber nicht, das sage ich gleich, ich bin im anderen Senat, deswegen darf ich vielleicht auch die Frage stellen. Gibt es jemanden? Okay, vielleicht ist das etwas, was auch beim Kaffee eher diskutiert wird, ohne dass der jetzt ansteht, das wollte ich nicht sagen. Wenn jetzt keine Veränderungen, anderer Punkt noch, Sie sprachen es an, Herr Günther, die Entscheidungen zur A-Besoldung und zur R-Besoldung sind in der Argumentation, in den Parametern, die entwickelt wurden, nahezu wortgleich. Frau Franke, das wurde ja auch beim Bundesverfassungsgericht mal angedacht, jedenfalls klang das in der mündlichen Verhandlung an, sollte man vielleicht die Richter doch viel anders behandeln als die Beamten vor dem Hintergrund der richterlichen Unabhängigkeit? Ist das, wenn wir an die Frage denken, was ist uns der Rechtsstaat wert, diese richterliche Unabhängigkeit als einer der Pfeiler unseres Rechtsstaats vielleicht doch noch mal etwas schützenswürdiger? Nein, also da würde ich mich sehr dagegen aussprechen, ohne jetzt die Unterschiede nivellieren zu wollen. Natürlich ist das eine ganze Besonderheit der Richter, dass sie in richterlicher Unabhängigkeit vom ersten Tag entscheiden und auch die entsprechende Verantwortung haben. Aber mir ging es schon darum, auch zu sagen, der Beamte, der typisierte Beamte an seiner Stelle ist mit seiner Funktion genauso wichtig und genauso bedeutsam. Da würde ich keine Unterschiede machen wollen, zumal die richterliche Unabhängigkeit ja auch ihre positiven Seiten für den Richter hat und da wollen wir ja jetzt auch nicht gegenrechnen, wie viel es wert ist, dass er sich zum Beispiel aussuchen kann, wann und wo er arbeitet, was eben der normale Beamte nicht kann und das ist ja auch etwas, was den Richterberuf vielleicht attraktiv macht, dass das eine Argument und das zweite Argument wäre immer spätestens bei den Staatsanwälten, finde ich, hört auf, da zu differenzieren. Das sind Beamte, die genießen nicht die richterliche Unabhängigkeit und es wäre aus meiner Sicht, meiner Justizsicht, unvertretbar da zu differenzieren, sondern das muss gleich besoldet werden. Ich möchte Ihnen zum Teil widersprechen. Ich halte es nicht für richtig, die richterliche Unabhängigkeit und die Annehmlichkeiten, die sich daraus für den einzelnen Richter ergeben, die ich gerne konzidiere, die in die Waagschale zu werfen bei der Frage, wie die Besoldung auszusehen hat oder wie die Versorgung auszusehen hat. Das wird von der Politik immer wieder versucht. Die richterliche Unabhängigkeit hat nicht den Zweck, Richter in irgendeiner Form zu privilegieren. Sie hat eine qualitätssichernde Funktion. Nur in Unabhängigkeit kann der Richter das Recht sprechen, was wir in unserem Rechtsstaat gesprochen wissen wollen. Und das sozusagen als Begleiteffekt, das auch angenehm sein mag für den Richter, das ist ja ganz schön, aber wer sagt denn, dass Arbeit unangenehm sein muss? Also da möchte ich vor warnen, dass man das in die Waagschale wirft, zumal es gern dann immer wieder und immer wieder. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir es erlebt, dass das mussten, ja, bei allen möglichen Eingriffen muss man sich das anhören. Ich halte das für sachwidrig, das Argument. Jetzt kommt nochmal Widerspruch. Nein, gar nicht. Ich bin völlig einer Meinung. Ich wollte nur sagen, die richterliche Unabhängigkeit wäre für mich aber auch kein Argument noch höher zu besolden, wenn ich es mir nicht sowieso sonst nicht leisten könnte. Jetzt spricht die Regierungsmitarbeiterin. Sehen Sie, es geht um noch höher. Und ja, gibt es, ja, bitteschön. Können wir ein Mikro bekommen? Danke. Warum kommt in dieser Sache, Herr Günther, eigentlich die Kritik am Bundesverfassungsgericht so kurz? Sie haben das, den Maßstab, ja vorgelesen. Erschreckend kurz fiel das aus. Sie haben gesagt, auf welcher Norm diese Entscheidung beruht. Jetzt haben wir doch mit einmal ein rechnendes Gericht vor uns, das aus dem Satz, aus dem Artikel 33, ein Stufenschema hat entwickeln können, das also drei grobe Stufen entwickelt und die eine ist dann in fünf Unterkriterien unterteilt. Das Ganze ist mit Zahlen versehen, die Sie vor die schwierige Aufgabe gesetzt haben, das alles nachrechnen zu müssen, nicht für den gelösten Fall, da könnte man ja kontrollieren, ob die richtig gerechnet haben, sondern für die künftigen Fälle, wenn man jetzt das nächste Gesetz macht, dann kommt man vielleicht wieder in den zweiten Senat und der sagt es dann wie bei dem Wahlrecht, also die Zahlen kann ich im Grunde auch nicht begründen und wo sie herstammen, weiß ich auch nicht, aber sie sind doch verkehrt. In anderen Fällen, in denen es auch um Geld geht und das Gericht rechnen musste, hat es sich anders verhalten. Die Vergleiche hinken jetzt wie alle Vergleiche, aber wenn es um die Höhe des Existenzminimums geht, dann wird an den Gesetzgeber die Frage gestellt, ob er nach einem ordentlichen nachvollziehbaren Schema vorgegangen ist, ob er Tatsachen einbezogen hat, die mit dem Sachgebiet im Zusammenhang standen und zu einem Ergebnis gekommen ist, das tragfähig ist. Wenn es um den Länderfinanzausgleich geht, dann wird an den Gesetzgeber die Forderung gestellt, er möge ein Maßstäbegesetz sich als normensetzende Aufgabe, als Normensetzungsergebnis doch überlegen, in dem drinsteht, wie man dann schließlich zu den Ergebnissen kommen muss, hier zu dem Geld, das gezahlt werden soll an die Richter und Beamte. Und hier ist es dem Gericht gelungen, aus dem Artikel 33 selbst ein Rechenschema zu entwickeln. War das noch Normenkontrolle oder war das Normensetzung, was in diesem Urteil steht? Ich bin direkt angesprochen, ich will da noch antworten. Eine dogmatische Erklärung kann ich Ihnen nicht geben, vielleicht eine pädagogische. Das Bundesverfassungsgericht hat mit den Kriterien, die sie nun in Zahlenwerk umgesetzt haben, im Wesentlichen das konkretisiert, was in abstrakter schon von jeher in seiner Rechtsprechung vorhanden war. Ich weiß nicht, es sind mindestens zehn maßgebliche Entscheidungen, in denen das immer wieder wiederholt wurde, die Orientierung an den allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen und so weiter. Und ich glaube, das Gericht musste einfach beobachten, dass das von dem Besoldungsgesetzgeber nicht ernst genommen wurde. Und dass selbst die Entscheidung zur Wehbesoldung, in denen ja die Überprüfungsbeobachtungsbegründungspflichten, die sich ja zumindest mal in einer Gesetzesbegründung hätten niederschlagen müssen, dass auch das nicht ernst genommen worden war, jedenfalls von manchen Besoldungsgesetzgebern. Niemand hat sich die Mühe gemacht, mal zu schauen, wie verhält sich denn die Beamtenbesoldung zum Verbraucherpreisindex. Das, was ich für den stärksten Index halte, ist der Nominallohnindex. Ich sagte, das ist der Arbeitgeber, das ist das ganze Volk. Da sieht man, geht es dem Volk gut, dann müsste auch die Beamtenbesoldung nachziehen, geht es dem Volk schlecht, dann muss auch die Beamtenbesoldung bescheiden ausfallen in ihrer Entwicklung. Und warum ich das ein pädagogisches Element halte, man lässt sich von seinen Kindern ja ganz gerne, vielleicht auch mit einem Lächeln eine Weile auf der Nase herumtanzen, treiben dies zu bunt, dann gibt es was auf die Finger. Oder in Neudeutsch wird man sagen, es werden die Grenzen aufgezeigt. Und diese Grenzen finden Sie nun in fünf Kriterien. Okay. Frau Lübe-Wolf schüttelt den Kopf, aber sie möchte nicht erklären, was ich... Könnte es sein, dass der Justizdienst, wie auch einige andere Bereiche, für alle die Personen, die nicht in erster Linie an familienkompatiblen Arbeitszeiten interessiert sind, nur noch deshalb konkurrenzfähig ist, weil man ja nicht genötigt ist, alleine von seiner Besoldung zu leben, sondern weil es die Möglichkeit von Nebentätigkeiten gibt. Für die Justiz wirft das offensichtlich Probleme auf. Und dazu möchte ich einfach fragen, glauben Sie, dass die gegenwärtige Ausgestaltung und Anwendung des Nebentätigkeitsrechts ausreicht, um den Risiken für die Unparteilichkeit von Richtern, die damit verbunden sind, entgegenzuwirken? Vielleicht zwei Anmerkungen dazu oder eine Vorbemerkung dazu. Ihre Frage unterstellt so ein bisschen, oder höre ich so raus, als ob es Mitarbeitern als Beamte oder Richter so gut geht, dass sie locker noch eine Nebenbeschäftigung nebenbei bewältigen können, was in der Privatwirtschaft vielleicht nicht der Fall sei. Ich will Ihnen da nichts unterstellen, aber so ein bisschen habe ich es jetzt verstanden. Das würde ich für die Justiz jedenfalls so nicht bestätigen. Da wird natürlich die eine oder andere Nebentätigkeit ausgeübt, aber dass nicht die Mitarbeiter bei uns an der Justiz schon lange an der Belastungsgrenze sind und da ist nicht mehr viel Kapazität bei, nebenbei noch viel zu tun und die auch am Sonnabend teilweise am Sonntag arbeiten, das würde ich jedenfalls für Sachsen mal behaupten wollen. Sobald man das nur durchschnittlich betrachtet, natürlich Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Vielleicht dementsprechend, jedenfalls ist es so, dass wir als Sachsen im Moment beim Nebentätigkeitsrecht eigentlich keinen Handlungsbedarf sehen. Wir haben es in Sachsen sogar gerade liberalisiert. Es gibt praktisch nur noch Anzeigepflichten, keine Genehmigungspflichten mehr im Nebentätigkeitsrecht und das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es vorher wenig Probleme gab und uns die Genehmigungsbedürftigkeit als unnötige Bürokratie vorkam. Ich weiß aber, es ist in anderen Ländern offenbar ein Thema, denn es war auch Thema der Amtschefskonferenz, also aller Justizstaatssekretäre, wir treffen uns ja zweimal im Jahr und an dem Thema wird ein bisschen gearbeitet, aber ich kann es für Sachsen jedenfalls nicht bestätigen. Gut, da werden wir sehen, wie es weitergeht, wie auch bei den anderen Fragen, die wir ja nur kurz anreißen konnten. Wir werden sehen, ob die Einstellungsvoraussetzungen irgendwann runtergehen oder ob vielleicht die Noten im Staatsexamen irgendwann hochgehen und sie sind ja glaube ich schon hochgegangen, wenn ich die Entwicklung richtig sehe. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion, auch an Sie beide und darf jetzt übergeben an Herrn Waldhoff, der uns in der Glaskugel ablesen wird, was im nächsten Jahr passiert und vor allem vielleicht wird er uns auch erzählen, was er selber dazu beitragen kann am 1. März. Ist es ja soweit, wir sind sehr gespannt.